Hi, bei kugelbahn.de. Am Ende dieses Videos verlose ich das Karussell, also dranbleiben. Aber der Rest dürfte nicht ganz uninteressant sein, denn ich habe versucht, Gravitracks C oder C nachzubauen mit dem Arduino-Micro-Controller und ein paar bestimmten Sensoren und sowas alles. Und was dabei rausgekommen ist, das seht ihr in diesem Video. Dieses Video ist natürlich so geteilt, dass es nach dem offiziellen Gravitracks Video erscheint, wo sie Gravitracks C vorstellen wollen oder getan haben. Darum weiß ich jetzt im Moment noch gar nicht, was Gravitracks C eigentlich bedeutet. Bedeutet das Connect oder Continuous? Das weiß ich jetzt noch nicht. Ihr werdet es wahrscheinlich schon wissen, wenn ihr dieses Video seht. Ich denke nicht, dass es für Kugelbahnen stehen wird. Und ich habe mir schon länger überlegt, ich wusste ja, dass das kommt, wie kann man denn sowas wohl im Eigenbau realisieren? Und ihr habt ja schon die letzten Videos gesehen, wo dieser Micro-Controller verbaut war, um Zeiten bei den Rennen zu nehmen. Und damit habe ich das natürlich jetzt hier in dieser kleinen Bahn auch realisiert. Hier sind ein paar Schaltungen drin, hier sind ein paar Lichtschranken verbaut und auch dieser Magnetstößel, den ich auch schon mal gezeigt hatte in einem Short-Video. Und wie das Ganze jetzt funktioniert, das zeige ich euch natürlich jetzt gleich an einem kleinen Beispiel. Diese ganze Kabelwirre und Plus und Minus und irgendwelche Pinbelegungen und all sowas, das ist schon ziemlich kompliziert. Da wird Gravitracks C um Längen leichter sein, weil man eine App hat, wo man ein paar Symbole wahrscheinlich zusammenschiebt und damit ein funktionierendes Konstrukt zusammensetzen kann, ohne großartigen Programmier- und Testaufwand, weil der war hier nämlich sehr hoch. Ich wollte nämlich eine Funkverbindung zwischen zwei Micro-Controllern herstellen. Das hat mal geklappt und mal nicht. Ich habe den Fehler einfach nicht finden können. Und darum liegt das hier jetzt alles per Kabel auf diesem Spielbrett quasi drauf. Und das war schon eine ziemliche Heidenarbeit, aber es hat auch Spaß gemacht. Ich habe viel gelernt und darauf kommt es ja eigentlich auch an. Jede dritte Kugel wird hier von einer elektronischen Weiche aussortiert und die Bahn läuft dann quasi so lange durch, bis alle sechs Kugeln, die in der Bahn sind, sortiert sind. So, los geht es. Hier ist die Bahn. Das ist kein riesiges Bauwerk, muss es aber auch nicht sein, um hier so ein paar Funktionen zu demonstrieren. Ich sehe gerade, dass hier das Ding nicht richtig da drin liegt. So, wenn dann muss es ordentlich sein. Hier ist der Aufzug. Den kleinen kennt ihr ja auch. Und hier liegen jetzt sechs Kugeln drin zum Start bereit. Die würden dann gleich hier den Aufzug rauffahren und hier über eine Lichtschranke rollen, sobald die erste Kugel da drüber rollt, löst diese Lichtschranke aus und stoppt den Aufzug, während sie gleichzeitig diese kleine Magnetkanone spannt und 1,5 Sekunden ungefähr später auslöst und dann die Kugel hier in diesen kleinen Rundkurs schickt. Da geht es dann rum bis zum nächsten Sensor, der dann die Kugel zählt, also die erste Kugel quasi zählt und wenn drei Kugeln hier drüber gelaufen sind, wird diese elektronische Schranke umgestellt und so läuft dann jede dritte Kugel hier in diese beiden Fänger rein, bis dann nachher irgendwann alle sechs Kugeln hier drin liegen und während sie vor der Weiche herlaufen, über die nächste Lichtschranke, wird der Aufzug gestartet wieder. Die Kugel läuft dann durch die Weiche den normalen Weg wieder zurück zum Aufzug, der dann wieder läuft. Die nächste Kugel wieder hoch schickt, wieder über den Sensor, den Aufzug stoppt wieder in diesen kleinen Dings und dann setzen die immer ihren Weg fort. Die meisten Kugeln laufen halt mehrmals durch. Jede dritte Kugel wird, wie gesagt, hier in diese Fänger einsortiert. Einen kurzen Blick mal auf die Technik vielleicht noch. Dieses rechte Relais hier schaltet diese Magnetkanone, nenne ich sie mal, es ist keine richtige Magnetkanone und dieses zweite Relais hier schaltet den Aufzug einmal über diese Lichtschranke hier, läuft das Kabel hier drunter durch, dahin, Lichtschranke wird ausgelöst, Aufzug startet, Lichtschranke oben wird ausgelöst und das Relais schaltet dann den Aufzug wieder ab. Dann starte ich die Bahn jetzt einfach mal. Und wie starte ich die am besten? Indem ich die Lichtschranke hier einmal betätige. Und dann laufen die Kugeln in den Aufzug rein und die oberste kommt gleich oben raus. Der Aufzug hält an. Die Magnetkanone schießt das Ding weg und hier ist der jetzt zum ersten Mal über den Sensor drüber gelaufen und ich versuche mal eine große Ansicht zu kriegen hier. Man sieht dann hier halt, wie der Aufzug startet, wenn die Kugeln hier hinten über die Lichtschranke drüber laufen und so geht das dann als weiter. Der läuft halt kurz nur und in dem Fall jetzt länger, weil die Kugeln nicht so weit oben sind und somit stoppt das dann hier und hier vielleicht nochmal im Detail die Magnetkanone, wie die Kugel da reinläuft und wie da weggeschossen wird. Das ist schon eine ganz praktische Sache. In diesem Kontext natürlich jetzt sinnlos, aber es geht ja nur um die Darstellung des Prinzips. So, wir gucken mal, wie weit wir hier unten sind. Die Weiche, die arbeitet. Es sind schon vier Kugeln aussortiert. Ich muss dazu sagen, dass diese Lichtschranken nicht so ganz genau arbeiten. Es kann auch sein, dass manchmal jede zweite Kugel aussortiert wird. Das ist aber nicht unbedingt so, wie gesagt. Das ist ein Prototyp, alles hier und gebastelt. Aber grundsätzlich funktioniert alles und das macht schon sehr viel Freude, wenn man da viel Arbeit reinsteckt und das dann hinterher wirklich geht. Das ist schon wirklich eine schöne Sache, muss ich sagen. Hat echt Spaß gemacht und hier müsste, vielleicht schaltet sie jetzt um hier. Ja, und dann laufen alle sechs Kugeln da rein. Ja, und dann laufen alle sechs Kugeln. Ja, und dann laufen alle sechs Kugeln. Ja, und dann tun hierzu. Ja, und dann laufen alle sechs Kugeln. So viel zum selbstgebauten Grail Trek C. Das sieht natürlich ein bisschen amateurhaft aus hier mit den vielen Kabeln, die rumliegen und so weiter und so fort. Ich hätte gerne ein paar Dinge gelötet. Ich habe es auch probiert zu lösen. Ich habe es nicht geschafft und es ist natürlich so. Diese Lichtschranken funktionieren bei normalem Licht eigentlich ganz gut. Ich musste mein Fenster zuhängen hier gerade, weil die teilweise total verrückt gespielt haben. Es wäre halt cool, wenn man später mal das Grail Trek C, diese Funkverbindung hacken könnte. Ich hatte hier eigentlich auch eine Funkverbindung geplant gehabt, aber das ging auch. Dann ging es wieder mal nicht und ich habe den Fehler nicht ganz finden können. Darum habe ich das Ganze hier jetzt per Kabel gelöst gehabt. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst es alle rein. Halt! Stopp! Es muss natürlich noch die Verlosung stattfinden. Ich hätte es ja wirklich fast vergessen. Also ich habe wie jedes Mal hier meine Excel-Liste mit allen Teilnehmern. 159 sind es an der Zahl. Die markiere ich mir jetzt. Wieso geht das denn nicht? Kopiere sie mir in mein Gewinnauslosungstool hinein, setze alle rein, lösche die letzte Zeile und gehe auf Auslosen und gewonnen hat der Jan-Erik Gatzke. Jan-Erik, ich schicke dir jetzt eine E-Mail und du musst mir dann deine postalische Adresse zurückstellen und dann schicke ich dir das Karussell zu. So, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like da, abonniert natürlich den Kanal und aktiviert auch die Glocke, denn da werdet ihr informiert, wenn es hier das nächste Video gibt. Ich habe schon eine Idee, könnte auch ganz interessant sein. Bis zum nächsten Video und tschüss! Ihr seht in diesem Video, es ist eigentlich eine recht coole Sache, die allerdings mit einem voll Aufwand verbunden ist. Scheiße! Ja, das war doof. Also nochmal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!